Wir haben uns überlegt, wie wir in dieser Woche die Tagesgespräche, die Sie von uns ja kennen bei Phoenix vor Ort, wie wir die in dieser Woche vor der Bundestagswahl angehen. Politiker sehen Sie ja im Fernsehen derzeit genug. Also haben wir uns gedacht, in dieser Woche werden wir jeden Morgen und jeden Mittag mit einem anderen Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen sprechen. Also, guten Morgen, Rainer Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Herr Hoffmann, ich hoffe, Sie hören mich, wenn Sie morgens zur Arbeit gehen. Ich würde gerne auf Ihre Fragen antworten, aber ich habe leider keinen Ton auf dem Ohr. Wenn Sie morgens zur Arbeit gehen, was denken Sie da? Ich habe das Gefühl, Sie haben mich gehört, vielleicht mit einer kleinen Verzögerung. Jetzt geht es vielleicht? Sehr gut, ich höre Sie. Ich hoffe, Sie hören mich auch. Noch mal meine Frage, wenn Sie morgens zur Arbeit gehen, Herr Hoffmann, was denken Sie dann? Ja. Naja, wir denken daran, dass die Menschen in Deutschland gute Arbeit brauchen, dass sie Sicherheit fordern und dass wir als Gewerkschaften täglich uns dafür einsetzen, dass gute Arbeit in diesem Lande realisiert wird. Aber wir wissen auch, Politik ist gefordert und deshalb denke ich natürlich in diesen Tagen immer an den 24. September, was die Menschen bei der Bundestagswahl entscheiden werden. Was erwarten Sie denn von dieser Wahl und was erwarten Sie vor allem danach? Ja, wir erwarten zumindestens, dass die für uns zentralen Themen gute Arbeit, sichere Renten, dass wir einen handlungsfähigen Staat brauchen, dass wir Investitionen in Bildung, Infrastruktur brauchen, dass das, was die Parteien zum Teil aber in sehr unterschiedlicher Weise aufgegriffen haben, dann auch in einer zukünftigen Regierungskoalition praktisch umsetzen. Gute Arbeit. Also, wir haben sowas, was man volkswirtschaftlich gemeinhin fast schon Vollbeschäftigung nennt. Trotzdem, was ja häufig vergessen wird, gibt es ganz viele Menschen, die eben in unbefristeter Arbeit arbeiten, in Minijobs, in Leiharbeit. Wir haben an die drei Millionen solcher Beschäftigungsverhältnisse. Das kann sie doch nicht zufriedenstellen. Das ist doch auch ein großes Rückschlagspotenzial, wenn es der Wirtschaft irgendwann mal schlechter geht. Was muss sich da tun, aus Ihrer Sicht? Absolut richtig. Wir haben zwar den höchsten Stand an Sozialversicherungspflichtigen beschäftigt in Deutschland, aber wir gönnen uns immer noch den Luxus, dass wir den größten Niedriglohnsektor in Europa haben. Menschen, die weniger als 9,60 Euro in der Stunde verdienen. Wir haben viel zu viel befristete Arbeitsverträge. Wir haben Menschen, die in Teilzeit gefangen sind. Davon sind insbesondere Frauen betroffen. Wir wollen ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit stellen. Das sind alles wichtige Themen. Und wir müssen uns der Frage stellen, wie sehen die Systeme der sozialen Sicherung aus? Wir fordern eine Bürgerversicherung. Wir brauchen eine Stabilisierung des Rentenniveaus. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Rückkehr bei der gesetzlichen Krankenversicherung, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer den gleichen Anteil zahlen. Jetzt haben Sie vier Jahre die Große Koalition ja beobachtet. Offenbar hat das nicht funktioniert. Sie werden ja sicherlich mehrere Gespräche geführt haben. Es sieht so aus, dass es möglicherweise eine Jamaika-Koalition gäbe oder wieder eine Große Koalition. Wer weiß. Liegt das an Ihnen? Haben Sie was falsch gemacht? Haben Sie zu wenig Druck gemacht, dass sich da nichts geändert hat in Ihre Richtung? Ich glaube, die Große Koalition hat durchaus eine positive Bilanz. Ich nenne nur den Mindestlohn, die Rente mit 63 bei 45 Versicherungsjahren, viele andere Themen. Aber Große Koalitionen machen auch immer wieder Kompromisse, sodass auch aus gewerkschaftlicher Perspektive vieles auf der Strecke geblieben ist, beispielsweise das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Und wenn ich mir die Wahlprogramme anschaue und mir noch mal vor Augen führe, dass wir bereits im November letzten Jahres das Thema Rente zu einem zentralen Thema gemacht haben, glaube ich, dass die Gewerkschaften mit ihren Positionen sich ganz gut positioniert haben. Alles klar. Dann gehen wir zum nächsten Thema, was aus meiner Sicht das Entscheidende ist. Rente, Eintrittsalter beispielsweise. Wäre es nicht ehrlicher, ich versuche mal ein bisschen hier was Provokantes zu sagen, keiner möchte sagen, dass das Eintrittsalter in die Rente steigen wird. Aber wäre es nicht ehrlicher zu sagen, wir sind eine Gesellschaft, die immer älter wird, insofern muss irgendwann vielleicht es doch kommen, dass wir bis 70 arbeiten müssen. Wäre das nicht ehrlicher? Ich glaube, das hat mit Ehrlichkeit nichts zu tun. Ich darf daran erinnern, dass wir seit 1916 das Renteneintrittsalter bei 65 Jahren festgelegt haben. Erst jetzt wurde die Rente auf 67 erhöht. Wir werden 2031 dann in den Stufen, die vorgesehen sind, die volle Rente mit 67 erreicht haben. Und jetzt über Rente mit 70 zu reden, halte ich für völligen Unfug. Es kommt auch darauf an, dass wir unseren Arbeitsmarkt endlich in Ordnung bringen, dass wir genügend gute sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben. Dann haben wir auch entsprechende Beitragseinnahmen für die Systeme der sozialen Sicherung. Wir müssen die Leistungen, die sachfremd sind, die aus Beiträgen finanziert werden, wie beispielsweise die Mütterrente, aus Steuern finanzieren. Das wäre sozial gerecht. Alles klar. Vielen Dank für die Einschätzungen. Rainer Hoffmann, Präsident, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ich danke Ihnen.